moin zusammen ich habe mir ein zweites board gekauft was ich hauptsächlich für transition mini ramp und vielleicht ein bisschen bolt benutzen würde und es ist ein bisschen breiter nicht so bereit wie es vielleicht sein sollte aber ich taste mich mal langsam ran und hier ist das gute stück das ist ein 8,75 zoll board von skate deluxe die holzoptik gefällt mir aber der schriftzug stört mich die trucks sind indies und als rollen habe ich hier 56 mm g-slide von pole enterrater das war es mal gucken wie es sich damit fährt meine erste versuche damit habe ich skateparkbassbüttel unternommen und das jetzt nach folgendem video viel spaß damit abonniere ich Sollte Das war's für heute. 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 Das war's für heute.